So, Hitzbrick war gestern, vorgestern, einen wunderschönen Samstag, das kommt jetzt. 18, die zweite. 18, die zweite. Viertel nach acht, ihr schaut das Video jetzt gerade. Frank Buschmann kommentiert. Leider nicht, aber ja. Bald. Willkommen zu den nächsten 18 aus dem Display und rein von dem, was im letzten Video gezogen wurde, könnte ich mir vorstellen, dass das hier jetzt ziemlich gut wird. Das ist aber schon ganz schön weit hergeholt, ne? Ziemlich gut wird, ziemlich gut wird. Ziemlich, ziemlich gut wird. Ziemlich gut wird. Für alle, die die ganze Woche unsere Videos schauen, natürlich haben wir immer dasselbe an, weil wir das alles am Stück gedreht haben. Und wir sagen nachher immer wieder dasselbe, dass man Sonntagfrüh dieses ist, also morgen. Ein Lektroball. Scharfes Gewürz-Curry, das neue. Dein aktives Pokémon ist jetzt verbrannt. Heile 40 Schadenspunkte bei jedem Pokémon. Das nehme ich genau so und mache es einfach. Ein Watt-Rebeet. Warum? Ich glaube, ich hätte das dann der eigene Mechaniker, wo das funktioniert. Mechanik. Nicht? Ein Fully-Purba. Ich weiß nicht. Unlichtenergie. Hier, Proteros. Der Schwerball. Igelava. Igelava. Braunfugin. Kniebel. Rassler. Magnetido. Togepi. Mehl-Tank und ein Magnahirn. Geekampfs. Energie. Silvanas. Vitalität. Toput. Der Letzte. Haben wir eigentlich schon Westbrett schon gezogen? Toput und Selfer. Westbrett überhaupt. Lino Reverse. Und ein Regi Leji. Regi Leji. Und der Psychoenergie. Jan Mega. Protonin. Bronzong. Lautergeil. Jetzt kommt schon. Ponita. Geronimas. Arktiv. Hucano. Charmian. Um. Ein. Nix. Wir kommen zur Unlichtenergie. Unbekanntes Fossil. Noctur. Ich will jetzt a Vista. Den Boku. Magnetilo. Blau. Der Gei. Ist noch willig. Togepi. Ein Kleppi Fuchs. Rassler. Anton. Ein Waschakul. Das wird er gespoilert. Nein. Der Daniel ist echt. Also der ist wie ein Kind, von dem man Weihnachtsgeschenke versteckt. Nö. Das ist ja immer im Augenwinkel. Doch in der Tat ist das so. Gar nicht. Doch du bist wie ein Kind, von dem man Weihnachtsgeschenke versteckt. Schenkepastung zu verstecken. Oh nice. Holy. Die Mel. Und die habe ich dort gespoilert. Alter. Die ist saugut. Die ist nice. Die ist vor allem wunderschön. Aber habe ich Double-Hittern. Oh. Nice. Abgeliefert, dicker. Easy. Durchgespielt. Also tatsächlich das Parkjahr. Eine Biester habe ich gesehen. Aber die Mel. Und die Mel. Enteiso. Teifel. Cognodon. Lil Menip. Baldur Fisch. Krügel. Pifjen. Damien. Sichlor. Und dein. Für die. Die. Du kannst diese Karte nur verwenden, wenn du zwei Metall aus deiner Hand auf deinen Ablagen kannst du so dein Deck nach bis zu zwei Karten und nimm sie auf die Hand. mich anfing nicht. War schon nicht irgendwas? Da war doch nicht irgendwas mit ähm. Ich kriege schon die Metallenergie zurück. Bronzel. Äh. Ja. Genau. Blaudergeil. Honita. Geronima. FC Pli. Und ein. Wieso ist die Boss? Nice. Die Faustagarde. Ein Zepeisel. Honig. Belsa. Yanmar. Damien wächst. Dich. Loha. Damien plex. Damien plex. Otaku. Boah. Bronzern Charakter. Nice. Und? Reggie Steel. Reggie Steel. Also ich glaube, es wird sich ein wenig was ändern in der Welt des Pokémon-Spiels. Von den Meta her, denkst du? Ich glaube, dass das Park ja ziemlich gut sein wird. Magnetilo. Pugipil. Wasser allgemein. Oh nein. Ein strahlendes Heat Ring. Heat Ring. Glaubst du noch, dass die ein... Also das Foiling. Also das erste Mal, wo ich vom Foiling richtig überzeugt bin. Das ist ja... Nice. Und ein Klaziona. Ich werde, also für mich wird es interessant zu wissen, ist in jedem Display dann ein strahlendes drin. Aber das ist ja dann sowas wie... Öffner. Wie bei Farbeschock, die Amazing Do. Ja, ich möchte schon. Hier ist Hose. Parktipp. Und ein Lucario Pau. Nein. Ach, die Klasse, das war geschön. 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 Also so richtig neues. Bayer Mega. Baldor Fitch. Feu-Riegel. Macht jetzt Explosion. Ich weiß es nicht, aber es ist was. Lil Menip. Ein Vajakul. Und ein Galar Pantyfrost V. Nice. Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Was soll ich denn sagen? Was macht denn das? Der macht Überraschungshand. Du hast du den Deck. Ach, bist du drei Itemkarten deinem Gegner und nimmst sie dann auf die Hand. Mische anschließend neu. Und wenn dann diese Pokémon eine Pokémon-Ausrüstung angelegt ist, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Und dann 180. Brauchst du Hammer. Ja, Spitzhacke. Toketik. Okay. Okay, Toketik. Yanmar. Sichloan. Ottero. Bautz. Bronzer. Arboritos. Und ein. Oh, nice. Hisui. Silvaro. Wie ist da? Ding, ding. Volpig. Mein Stader. Er ist Legend of Arcails. Was? Erinner mich. Hichlo. Merber. Baum-Puril. Ein Hisui-Es-Niebel. Teddy-Ursa. Oh, gespoilert! Zino-Dappel-Gold! Der ist so. Holy Crap! Der ist immer richtig geil. Sinus-Tempel. Spoilert. Geil, Alter! Spoilert! Das ist cool. Ich fände mir sehr gut. Das ist eine sehr schöne Karte. Okay. Metall-Energie. Tilpeise und Honig. Velsa und ein Quickel. Das Klebtifuchs. Yanmar. Tamien. Pepien. Baldorfisch. Und ein Axanthor. Ich komme zu meiner Last Pack Magic für dieses Video. Ich beginne mit einer Pflanzen-Energie, die sehr effektiv ist. Heizu-Elektropat. Heizu-Elektropat. Heizu-Fokano. Eurigel. Heizu-Fagovic. Hypo-Potas. Laptifox. Polypura. Und ein Mammut-Tel. Auch für mich. Last Pack Magic. Und ja, das war es dann mit dem ganzen Display, was wir einfach mal so gerippt haben. Lauder geil. Shaman. Daniel, gib mir mal deine Hits, bitte. Suche ich dir raus. Sehr gerne. Wir reden von den Hits-Hits. Wir hatten im ersten Video zwei Charakter-Rares. Drei V und eine V-Max. Das waren die Hits des ersten Videos. Ja. That's it. Wir haben im zweiten Video, im zweiten Teil des Displays, die V-Star, die Mel, eine zweite V-Star, zwei V, einmal strahlend und einmal Gold. Also insgesamt sind wir bei 5, 7, 9, 10, 12 Hits. Stark. Ja. Also wird uns eine Hitrate treffen wie bei strahlende Sterne. Ungefähr, ja. So, ich muss mal unterziehen. Ich will nur Tempel. Also alle Spezialenergie, die an Pokémon angedeckt sind, liefern Farblos-Energie. Oha. Die Karte wird sehr, sehr relevant sein im Spiel. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat unsere Reihe zum Pre-Release zu Astraland jetzt gefallen. Und dann kann morgen ist Pre-Release. Morgen ist Pre-Release. Wenn ihr noch Zeit und Bock habt, kommt einfach vorbei. Es ist auch Verkaufs auch in der Sonntag. Lasst euch mal blicken. Wir freuen uns natürlich, euch zu sehen. Der Daniel und ich. Und ich denke, der eine oder andere von den anderen Bären wird auch noch hier sein. Und wir entlassen euch hier mal in einem schönen Samstagabend und gehen raus. Wir verabschieden uns und sehen uns alle morgen. In all der Frische. Denkt dran. Glocke abonnieren. Genau. Und schreibt doch mal hier unten, wie ihr das findet. Glaubt ihr, dass hier in jedem Display einstrahlendes Sonn sein wird? Wir werden das sehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.